BioRock – Stromlose Kleinkläranlage Einbau-Video Wir danken Ihnen für den Erwerb einer BioRock Kleinkläranlage. Diese Installationsanleitung beinhaltet wichtige Informationen für den erfolgreichen Einbau Ihrer BioRock-Anlage. Das Video ist nur eine Kurzanleitung. Bitte lesen Sie zunächst die Betriebsanleitung und lassen sich anschließend von dieser virtuellen Einleitung unterstützen. Bitte fotografieren Sie jeden Arbeitsschritt mit besonderem Augenmerk auf die Verrohrung und Anschlüsse. Erdarbeiten Im Bedarfsfall empfiehlt es sich, einen qualifizierten Experten zu konsultieren, um die Bodenverhältnisse zu prüfen. Die Baugrube muss Platz für die Anlage und rund um 30 cm Raum zum Einbetten bieten. Bei einem hohen Grundwasserspiegel sind die Behälter auf einer 15 cm dicken Betonplatte zu verankern. Sollte die Zulaufleitung mehr als 60 cm unter der Oberfläche liegen, fragen Sie Ihren Fachmann nach einer Domschachtverlängerung. Installieren Sie das System nicht zu nah an Häusern und Gebäuden. Installieren Sie die Anlage nicht in der Nähe von großen Bäumen. Halten Sie das System immer zugänglich. Installation der Tanks Stellen Sie sicher, dass das Wasser per Gravitation zur Vorklärung und weiter zur Behandlungseinheit fließen kann. Hoher Grundwasserspiegel Stellen Sie sicher, dass während der Installation die Baugrube, nötigenfalls durch Abpumpen, trocken gehalten wird und verankern Sie die Behälter auf der Bodenplatte. Prüfen Sie mittels einer Wasserwaage, ob das System exakt waagerecht installiert wurde. Installation der Abwasserleitungen Das Abwasser muss mittels Schwerkraft von der Vorklärung zur Behandlungseinheit fließen. Sollte das Abwasser nicht auf natürlichem Wege zur Anlage fließen können, wird eine Pumpe benötigt. Die Anschlüsse am Behälter haben einen Durchmesser von 110 mm. Füllen Sie die Anlage mit Wasser und überprüfen Sie das Rohrsystem auf Dichtigkeit. Benutzen Sie keine PVC-Rohre mit einem kleineren Durchmesser als 100 mm. Belüftung der Biorug-Vorklärung und des Klärmoduls Beide Tanks müssen belüftet werden. Um beste Resultate zu erzielen, muss das Entlüftungsrohr möglichst nah am System stehen. Die Ventilation sollte mittels eines Rauchtests überprüft werden. Auf dem Entlüftungsrohr muss ein windgetriebener Ventilator installiert werden. Beste Resultate erhält man mit 30 oder 45 Grad Bögen. Einbetten der Anlage Füllen Sie Vorklärung und Bioreaktor mit sauberem Wasser. Befüllen Sie die Vorklärung, bis das Wasser zum Bioreaktor fließt. Füllen Sie den Graben um die Anlage mit Kies oder einer Sandbeton-Mischung auf. Das Hinterfüllen und Auffüllen der Tanks sollte gleichzeitig erfolgen. Der Höhenunterschied sollte während des Vorgangs maximal 30 cm betragen. Stellen Sie sicher, dass die Biorug-Medien vollständig mit Wasser gesättigt sind. Adjustieren Sie das Wasserverteilungssystem, um eine gleichmäßige Bewässerung der Biorug-Medien sicherzustellen. Nicht die Tanks komplett befüllen, bevor sie nicht hinterfüllt wurden. Kein unsauberes oder kontaminiertes Wasser verwenden. Keinen Presslufthammer zum Verdichten der Hinterfüllung verwenden. Nicht das ausgehobene Erdreich zum Hinterfüllen benutzen. In Betriebnahme des Systems Prüfen und adjustieren Sie das Wasserverteilungssystem. Nutzen Sie die Stellschrauben, um die Auslaufhöhe der Wasserverteilung anzupassen. Der Auslaufwinkel kann durch Drehen der Rohre verändert werden. Anschließend verschrauben Sie die Deckel der Behälter. Der Deckel und die Ventilationsöffnung dürfen nicht eingegraben werden. Pumpenschacht Wenn das Abwasser nicht bei Schwerkraft abgeleitet werden kann, installieren Sie einen Pumpenschacht mit Pumpe. Für weitere Informationen ziehen Sie bitte das umfangreiche Betriebshandbuch oder Ihren Biorug-Händler zu Rate. Wir bedanken uns noch einmal herzlich für den Kauf Ihrer Biorug-Anlage und wünschen eine reibungslose Installation. Zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren, sofern Sie Unterstützung benötigen.